Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Fahrrad Simulator mit Ebro. Hi! Wir haben ja den ersten Bike-Out-Parcours erfolgreich absolviert. Wir sind jetzt beim zweiten. Da vorne ist Zerdrosser666. Wenn wir den einholen würden, wären wir so King, Alter. Lasst wie immer eine positive Bewertung da, wenn es euch gefällt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich fang einfach mal an. Das sieht verdammt schwer aus, Alter. Okay, warte mal, wie geht denn das? Ich muss einfach nur timen, ne? Ja, genau dann, wenn es so ist. Zu spät, viel zu spät. Zu spät. Nee, nee, nee. Oh, Alter. Das war richtig knapp. Jetzt glaube ich. Easy. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Verdammt. Hey, das erste ist direkt voll schwer. Oh nein. Ja, jetzt habe ich kein Speed. Das wird safe nicht klappen. Oh. Wow. Das war so krass, Alter. Das hat doch nie ein Spieler vor mir geschafft. Wahrscheinlich Zerdrosser ist eh vor mir, aber egal. Ich rede mir das einfach ein, ey. Das sah aber richtig cool aus. Das sah übel. Das ist schwer. Ich sag's, wie es ist, ey. Was? Okay. Das heißt, also, ich muss jetzt mal wieder warm werden, Leute. Ich habe das auch hier ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich schaffe das schon. Oh. Es ist nicht schwer. Man muss nur gerade drauf landen. Ja. Habe ich? Jawohl. Perfekt. Easy. Das sieht auch nicht schwer aus. Easy. Das ist toll. Vereindruckend. Oh, danke, Jo. Das wäre so geil, wenn ich den überholen würde, Alter. Zerdrosser. Grind, Alter. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss mal hier irgendwie neun Checkpoints setzen. Das ist ja mühselig, sag ich mal. Aua. Oh, jetzt hätte ich einfach durchfahren können. Ich bin so behämmert. Jetzt. Oh. Boah. Aber man kann ja nicht zurückfahren. Ja, scheiße. Oh. Easy, 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 easy. Oh, Xadi ist auch gejoint. Aber der hatte keine Chance. Ich sag's, ist das. Oh. Das mit diesen Longjumps habe ich inzwischen raus. Ja. Das ist so eine Standard. Das sieht aus wie diese, äh, das in Amerika so gehypt ist. Diese, ähm, Chips. Also nicht Chips, so Flips. Wie heißen die? Cheetos. Ja, Hot Flaming Cheetos. Das sieht aus wie Cheetos, Alter. Hup. Ist sie in Deutschland überhaupt? Nee. Und man kann sie sich bestellen. Ey, ja, jetzt. Oh, warum bin ich denn da jetzt runter? Xata, oder wie der nochmal hieß, hab ich mir vergessen. Hat aufgegeben. Hupf. Oh, Risiko. Oh, Risiko. Oh, Risiko. Hey. Egal, safe. Oh. Alter, einfach gestorben. Man muss wahrscheinlich so. Oh. Ah, das ist gar nicht. Das sieht übelst billig aus. Aber das Ding ist, die ersten beiden sind nicht synchron, glaube ich, oder? Oder die haben Abstand dazwischen. Die anderen, da ist es jetzt schwer, da genau so reinzukommen, dass sie sich nicht hitten. Mann, warum ist das so schwer? Das sieht übelst einfach aus. Ja. Du musst so schlankförmig fahren, glaube ich. Ja, schlankförmig, ja, okay. Mann, aber ich habe auch keine Lärmkurve. Ich fahre da gerade 20. Ja. Ja, kein Problem. Oh, was ist das? Ich dachte, ich muss auf dem Ding fahren, Alter. Stell dir mal vor. Du musst, glaube ich, auch springen hier, ne? Ah, Rios, habe ich doch schon längst gecheckt. Was willst du denn von mir? Ja, was sage ich denn überhaupt noch? Du bist ja hier der Profi. Uh. Okay, das könnte vielleicht schwierig werden. Ich werde auch hier mal kurz mal anmerken. Ne? Also, ich habe natürlich jetzt nicht jedes Video... Oh. Ich habe natürlich jetzt nicht jedes Video zu diesem Game gesehen. Ey, der eine war am Ziel. Ernsthaft? Da war das Zielsymbol. Oha. Red Dozer war am Ziel. Schade. Ich hatte ihn gerne überholt, aber ich gönne ihm trotzdem GG. Ähm. Ja, die Videos, die ich von anderen deutschen YouTubern auf diesen Maps gesehen habe, da hat auf jeden Fall keiner die Map zu Ende gemacht, Alter. Also, es wird safe, welche deutsche Game, die die Maps auch geschafft haben. Ich habe die erste ja auch geschafft. Du bist aber einfach ein Profi. Aber ich will einfach ein Heftiger, was soll ich sagen? Nein, es gibt safe, viel bessere. Aber die meisten schaffen die nicht. Das würde ich nur mal hervorheben. Verstehe ich. Das sieht echt schwer aus. Ach, ich hätte doch den Checkpoint machen sollen. Ich war so arrogant. Egal. Oh. Nein, warum illegal? Oh mein Gott. Ja, weil Checkpoint macht nicht so viel Sinn, weil hier mit Speed durchzuf... Ja. Ja, okay, macht vielleicht doch Sinn. Aber der Sprung ist ja übelst billig. Das macht sogar keinen... Oh. Okay, ja, ich mache den Checkpoint. Seid doch ruhig. Ich habe übrigens... Oh, das habt ihr gesehen. Oh, was ist denn das jetzt hier? Hä? Ah. Hä, kannst du nicht einfach links langfahren? Ha. Ich habe neue Klamotten. Seht ihr das eigentlich? Ich habe neue Klamotten an. Oh, das ist echt. Es gibt ja auch ein unsichtbares Fahrrad, was man im Kampagnenmodus freischalten will. Oha. Das würde ich safe auch noch machen. Ja, man kann halt einfach links lang ran drücken. Hä, das macht sogar Sound. Hä? Hä, das ist eigentlich übelst cool. Aber das ist auch übelst einfach. Ja. Und das macht es eigentlich auch noch cooler, bin ich ganz ehrlich. Oh, das ist, glaube ich, jetzt... Das ist sehr schwer jetzt. Oder? Alter, oh, das stelle ich mir jetzt übel. Da kann ich jetzt... Oh, Alter. Oh mein Gott. Was war das denn? Wie habe ich denn das geschafft? So, irgendwie. Ja, ja, der eine hat es ja auch geschafft. Der ist ja auch geschafft. Oh. Da hat... Ja, hing der doch auch. Das war doch die Stelle, die ich gesehen habe von ihm, oder? Ah, verdammt. Oder? Ja, das könnte sein. Ja, klar. Guck mal, das ist... Ja, ja, ja. Safe war das, die Stelle. Weil da hinten ist ja der Start. Ja, ja, ja. Das war die Stelle. Hier hing der, als ich gejoint bin. Oh. Das heißt, er hat ungefähr 10 Minuten für Abseitdarm gebraucht. Ja, der kommt aber auch gar nicht mehr so krank viel. Na, wobei, ne, doch geht. Meinst du irgendwie auch langsam, oder? So kontrolliert? Ja, ich glaube schon. Ah, ja, ja. Okay, das war jetzt scheiße, aber... Ja, aber das ist schon die richtige Taktik. Kontrolliert muss man das machen. Mein Gott. Oh mein Gott. Das war so gut. Aber so ist gut, Alter. Durchfahren direkt. Ja. Oh. Ja, das ist definitiv gut. Das ist mal gehörner Schütterung auf Chillig. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Alter. Wie lange hast du gebraucht? Drei Minuten? Gar nicht so lange eigentlich. Weiß. Jo, mit Ecke jetzt, oder was? Was? Geht das? Hey, wie soll man denn in die Ecke fahren? Das ist ein Fahrrad. Oh. Musst du irgendwie so sliden, wenn das geht, irgendwie? Auf Glück. Oder springen? Ja, springen safe. Ja, du musst aber irgendwie Glück haben, ne? Ja, wie soll man das denn kontrollieren? Das ist ja nur Lack. Ey, sobald du da landest, musst du ein Checkpoint setzen. Das war wild. Ja. Oh mein Gott. Was ist ein Checkpoint? Ja. Als ob es der Triads war. Ja. Tja. Oh, da ist ja eine Lücke, Alter. Das ist voll die optische Täuschung der Web-Einsteller. So ein Arsch, ey. Das wird schwer. Oh. Hä, ich? Man sieht gar nicht, wo man landen muss, Alter. Guck mal, nee, du kannst immer... Warte, du musst warten. Ja, nicht bei dem, sondern bei dem Nächsten, weil es eins ist immer mit so einem Teil und das andere ist immer leer, weil dann hättest du immer genau die, die leer sind, wenn du das eine... Nee. Ich verstehe, was du meinst. Oh mein Gott. Alter, E-Water... Ah, nein! Du hast das letzte... Oh Gott, das habe ich über den Checkpoint gesetzt. Oh, perfekt. Oh. Oh. Wie kommt denn da noch, ey? Alter, da räumt mich direkt jetzt Cheeto. Mann, ey. Aua. Mann! Du fährst schnell, du darfst nicht rasen. Du musst immer genau die Lücke nehmen. Es ist ein Fahrrad-Wettrennen. Natürlich. Mann, ey. Äh. Eigentlich sieht man das ja. Ja. Ey, auch wirklich. Ich bin auch wirklich gerade der Hämmer oder so. Jetzt langsam, langsam, Ben. Ja, ist nicht so, man kann nur Vollgas geben. Man kann jetzt hier nicht nur... Boah. Easy. Ich sage ehrlich, ich habe jetzt Angst, dass der letzte mich erwischt. Ja, ja. Hatte schon ein bisschen Schiss. Oh. Okay, das könnte schwierig werden. Schade, jetzt bin ich so drüber gekommen, aber... Oh. Das war schon gut. Ja, aber das ist schwer. Guck mal, danach kommt noch einer. Wir sind extrem weit schon. Ja. Ja, man kann ja auch durchführen. Oh, jawohl. Oh, oh. Nein. Kannst du da irgendwo dazwischen Checkpoints setzen oder brauchst du den Schwung? Keine Ahnung. Checkpoints muss man auch vorsichtig sein. Wir haben uns schon mal ein, was kaputt gemacht damit. So muss man das machen. Pass auf. Okay, das war Fail, aber... Zu spät. Ich habe es schon. Oh nein. Alter. In die Kamera erst mal geworfen. Mann. Oh, 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 oh. Alter, das geht halt so heftig. Oh mein Gott. Mann, das ist eigentlich... Man sieht das nicht kommen, Alter. Das ist voll schwer zu koordinieren. Oh. Oh. Ja, das kann ich gar nicht. Also erwischt mich das, oder? Ne, alles richtig gemacht. Nein. Du hast den Checkpoint gemacht. Oh, gut. Aber aus Versehen. Ha. Besten Schaden, mein Slames. Ups. Hey. Jetzt musst du das halt timen. Ey, warum bist du da nicht völlig gesprungen? Keine Ahnung, was war das... Weiß... Mann. Vorsicht. Ach, kacke. Alter. Mann, ich wollte jetzt Baupunkt ja nicht übersetzen. Das war aus Versehen eigentlich. Aber egal, man kann das schaffen. Ich hab's ja gerade auch fast geschafft. Oh, jetzt? Oh mein Gott. Was ist das? Von oben, der hat's, Alter. Nee, nee, das war nicht der von oben, oder? Doch, doch, doch. Oh. Ja. Nein, nein. Oh. Oh, das war so knapp. Hast du schon mal, schon mal, schon mal das Richtige? Alter. Alter. Ja, kacke. Aber man kann's schaffen. Easy, Alter. First try. Oh, Alter, der hat sich aber hinten gerade fast noch mitgenommen. Also, first try, okay. Oh, musst du da durchfahren. Alter. Alter. Ey, das ist Ziel. Oh mein Gott. Oh, ich hatte fast. Ernsthaft? Ja, ja. Nee, vielleicht müsstest du nicht schnell durchfahren, sondern, ne, kontrolliert. Ups. Ich mache immer aus Versehen die Checkpoints. Ja, du kannst eigentlich immer einen Checkpoint setzen, nachdem du bei einem durch bist. Brauch ich nicht. Boom. Eins ab. Eins ab. Easy. Zack, Alter. Noch reingefallen. Reputation 99.27 Minuten. Wiederholung speichert. Bum. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wenn ja, abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bis morgen. Euer Benzahn. Ciao. Tja. 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 Vielen Dank.